Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Coincheck TV mit den aktuellsten Geschehnissen auf dem Kryptomarkt. Wir werden wieder einen kleinen Blick auf den Bitcoin-Chart werfen. Aktuell sieht es wieder danach aus, als würde sich der Bitcoin wieder erholen nach diesem sehr starken Fall, sehr starken Dump innerhalb von wenigen Tagen, wo wir über 2000 Dollar fast runtergefallen sind. Aktuell wieder bei 10.700 Dollar. Wir werden uns auch ein bisschen auf dem Markt umschauen und einige interessante Meldungen uns auch anschauen. Unter anderem Binance hat angekündigt, einen eigenen Stablecoin oder verschiedene Stablecoins rauszubringen auf der Binance Chain. Darüber werden wir sprechen. Dann werden wir gucken, was denn die großen Fische im Teich denn so tun, was sie bei so einem Dip machen. Da gibt es extra einen Coinbase-Indikator für, den werden wir uns anschauen. Und wir werden über Bugged sprechen. Dort ist ja seit Freitag bekannt, dass am 23. September das Ganze losgehen wird. Dazu werde ich auch noch meine Meinung sagen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis an die Neuen unter euch. Wir haben einen Bitcoin- und Krypto-News-Sticker hier auf Telegram, wo wir die relevantesten News- und Hintergrundinformationen aus allen Nachrichtenportalen für euch zusammenstellen. Hier bleibt ihr jeden Tag auf dem Laufenden und die Community-Gruppe, wo über 1500 Leute sich gegenseitig austauschen. Auch dort seid ihr herzlich eingeladen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder unten als Kommentar. Starten wir mit der Marktübersicht. Wie gesagt, der Bitcoin bei 10.700 Dollar. Wir sind bei 280 Milliarden US-Dollar. Marktkapitalisierung bei knapp 69% Bitcoin-Dominanz. Die Bitcoin-Dominanz war auch schon zwischenzeitlich mal höher. Gestern waren die Altcoins sehr, sehr stark unterwegs. Einige mit 10% im Plus gewesen. Zum Beispiel Ripple. Das beruhigt sich wieder jetzt wieder so ein bisschen mit 2-3% im Plus. Die meisten Altcoins, aber wie ihr schon sehen könnt, die meisten Altcoins immer noch im Plus in den letzten 24 Stunden. Aber das sehe ich natürlich an der Tatsache, dass der Bitcoin wieder 2,5% im Plus ist und damit auch die US-Dollar-Werte natürlich bei den Altcoins steigen. Wenn man das Ganze wieder mal umstellen mag, dann sieht das wieder ein bisschen gemischt aus. Sogar eher negativ, wenn man sich das Ganze mal anschaut. Also wieder kein neues Phänomen. Aber gestern waren die Altcoins ein bisschen stärker unterwegs. Aber das muss man natürlich auch aus der richtigen Perspektive dann sich anschauen. Genauso wie wir das Ganze bei Bitcoin uns anschauen und sagen, ja der ist so stark gestiegen und jetzt fällt er halt 2.000 Dollar. Ist ja normal. Ist ja gar keine schlimme Korrektur nach unten. So muss man das auch bei den Altcoins sehen. Wenn die ein 10% Plus machen, fangen schon die ersten an Altseason zu rufen, obwohl die im 90% im Minus sind und eigentlich sich verzehnfachen müssten. Da muss man natürlich auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Altseason ist noch lange nicht in Sicht, wenn man sich die Werte anschaut und auch die Bewegungen sich anschaut. Beim Bitcoin-Chart, wie gesagt, ist ja eine kleine Erholung in Sicht. Wir haben das tief gefunden hier am 15. August, kurz nachdem ich das letzte Video gemacht habe, letzte Woche bei 9.500 Dollar etwa. Wir sind gar nicht hier in diesen Bereich noch runtergekommen. Da war die Kaufkraft wieder stärker. Die Shorts waren ausgelockt, konnten nicht mehr. Und jetzt sind wir inzwischen bei 10.700 Dollar. Dieses Dreieck habe ich bewusst extra noch so drin gelassen, dieses absteigende Dreieck. Weil ich immer noch der Meinung bin, das könnte sich wirklich so in der nächsten Zeit abspielen, dass wir hier hin und her pendeln. Eine sehr lange Zeit bis Oktober vielleicht sogar, weiß man nicht, diese zwei Monate jetzt, die noch vor uns liegen. Am 23. September wird noch ein Bug kommen. Ich glaube aber nicht. Da werden wir gleich auch noch darüber sprechen, dass das sofort eine Auswirkung hat. Warum das so ist, werde ich euch später noch sagen. Aber auf dem Weg nach oben habe ich immer noch diese grüne Widerstandszone drin. Die Zone haben wir schon einige Mal getestet. Nach unten hin hat es nicht als Unterstützung gedient. Aber wir haben es hier schon einige Mal, wie gesagt, schon getestet. Und könnten wir schon vorstellen, dass dort wieder ein Widerstand ist. Falls nicht, ist natürlich dieser Bereich hier bei 11.100 bis 11.300. Wo wir eine Kurzzeitunterstützung gefunden haben. Wo wir hier diesen Spike noch hatten. Wenn wir ein bisschen jetzt hier reinzoomen und in den 4-Stunden-Chart gehen, sieht man das auch ein bisschen besser. Also hier in diesem Bereich und dieser Spike hier, das könnte ein Widerstand sein. Aber wir haben natürlich jetzt auch wieder 1.200 Dollar gemacht in den letzten 4 Tagen. Ob das natürlich wieder nochmal so weiter geht und nochmal 500 Dollar drauf liegt, ist natürlich die Frage. Aktuell, wie gesagt, kann ich mir halt diese Bewegung halt immer noch sehr gut vorstellen. Dass wir hier so ein bisschen seitwärts weiterhin gehen und immer weiter tiefere Hochs bilden. Das müssen wir natürlich beobachten, ob wir diese Hochs hier rausnehmen können. Oder ob wir hier tiefere Hochs bilden. Also bullisch wäre das Ganze für mich erst dann, wenn hier dieses Hoch von 12.300 überboten wird. Und dass wir dann darüber kommen, dann könnte man darüber sprechen, dass wir hier keine tieferen Hochs mehr bilden. Und dann könnte man sich auch erst wieder nach oben orientieren. Und an dieses Hoch vielleicht hier vom 14.000 vom 26. Juni uns nochmal anschauen. Aber bis dahin, wie gesagt, ist noch ein langer Weg. Kommen wir zur Binance-Ankündigung. Projekt Venus wurde angekündigt. Dort wollen Binance unter anderem neue Stablecoins rausbringen. Und das Ganze auf der Binance-Chain halt gegen verschiedene Fiat-Währungen als Gegenwerte entwickeln. Ein wichtiger Side-Note hier ist auf jeden Fall, dass das Ganze auf der Binance-Chain passieren wird. Das ist natürlich sehr, sehr positiv für Binance. Binance, wenn das Ganze dann wirklich Zustimmung findet bei der Community, auch Verwendung findet. Wenn dann die ganze Blockchain dann auch mehr genutzt wird. Aktuell gibt es ja sogar schon zwei Stablecoins. Einmal den Bitcoin-Stablecoin. Also die haben einfach den Bitcoin schon auf die eigene Blockchain rübergepackt. Hat immer den gleichen Wert, wie der auch auf dem normalen Blockchain hat. Das ist für die dezentrale Exchange gemacht worden. Und britische Fund gibt es auch schon auf der Binance-Chain. Und jetzt wird das Ganze halt hier angekündigt, dass über verschiedene Länder mit verschiedenen Fiat-Währungen Stablecoins rauskommen soll auf der Binance-Chain. Das ist natürlich ein Konkurrent dann auch wirklich zu Facebook und Libra, die natürlich, also Facebook, die natürlich dann halt auch sehr schwierige regulatorische Perspektiven haben aktuell. Da kommen ja immer wieder News, dass dort der Druck erhöht wird auf Facebook und Libra, dass das Ganze erstmal regulatorisch geklärt werden muss. Und bei Binance ist das Ganze ja nicht aus den Staaten. Das heißt, da sind ganz andere Voraussetzungen, die haben vielleicht nicht so große Hürden wie Facebook und Libra und das ganze Konsortium, was dahinter steht, die natürlich alle fast eigentlich aus den Staaten kommen und natürlich dann auch diesen regulatorischen Sachen entgegengestellt werden. Also wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein, welche Fiat-Währungen da als Stablecoins auf der Binance-Chain kommen sollen. Ob das dann wirklich Verwendung findet, muss man natürlich auch abwarten, aber ist auf jeden Fall ein lieberer Konkurrent jetzt hier von Binance announced worden, kann man schon so sagen. Wie gesagt, müssen wir mal abwarten, was dann noch in der Zukunft auf uns zukommt. Eine Frage, die man sich vielleicht öfter stellt, ist, was machen denn die großen Fische, die Wale, wenn solche Bewegungen stattfinden und der Bitcoin sehr stark, sehr schnell an Wert verliert? Kaufen die danach oder verkaufen die, um ihre Gewinne abzusichern? Da geht es ja um viel mehr Geld als vielleicht bei dem einen oder anderen kleinen Investor. Und Coinbase hat da eigene Daten, die die da zur Verfügung stellen und interessanterweise die Top 10% von Coinbase, also das geht aus den Daten von Coinbase selbst heraus, hervor, die Top 10, also die größten 10 Wallets, 67% von denen haben den Dip gekauft. Also die Mehrheit kauft anscheinend bei Coinbase zumindest solche Dips nach und nutzen anscheinend die Gelegenheit dazu, den Bitcoin noch billiger einzukaufen. Da sieht man zum Beispiel, dass in dieser Phase viele kleine Anleger eher Angst bekommen haben, vielleicht sogar verkauft haben mit Verlust, weil sie hier, keine Ahnung, oben eingestiegen sind oder halt gedacht haben, jetzt geht es noch weiter runter und haben dann halt verkauft. Und die großen Wale haben wirklich nachgekauft, beziehungsweise die Mehrheit, nicht alle natürlich. Und wenn die halt so immer wieder nachkaufen, solche Dips und der Bitcoin natürlich langfristig steigt, dann werden sie auf jeden Fall auch profitabel sein langfristig. Also wie ich finde, eine sehr interessante Statistik, die hier von Coinbase zur Verfügung gestellt wurde. Kommen wir kurz zu dieser Bug-Geschichte. Am 23. September geht es los, dann können institutionelle Anleger endlich bei BACT investieren und dann auch eine neue Nachfrage natürlich für Bitcoin generieren. So große Institutionen, das ist extra halt für größere Anleger und nicht für kleine Anleger gedacht. Jetzt ist die Frage, am 23. September geht es los, schießt dann der Bitcoin ab dem Tag oder kurz vorher oder kurz nachher durch die Decke. Was wir uns ja alle erhoffen, ist, dass die Nachfrage erhöht wird, dass der Preis natürlich Angebot und Nachfrage, wenn die Nachfrage erhöht wird, das Angebot gleich bleibt, wird der Kurs hochgehen. Aber was man wissen sollte, ist, dass BACT sich schon mit Bitcoins eingedeckt hat für den Start. Das heißt, auf den Kurs wird sich das wahrscheinlich nicht direkt auswirken, sondern erst, wenn BACT wieder neue Bitcoins kaufen muss, um der Nachfrage gerecht zu werden. Und wie schnell das dann passiert und wie hoch dann im Endeffekt die Nachfrage von institutionellen Anlegern sein wird, das müssen wir natürlich abwarten. Es ist auf jeden Fall positiv langfristig, diese Geschichte, dass es jetzt endlich kommt. Darüber haben wir auch schon so lange und so oft darüber gesprochen, weil wir dachten, das kommt bald und das denken wir halt schon seit anderthalb Jahren fast. Aber jetzt am 23. September ist es soweit. Wir werden mal abwarten müssen, wie die Zahlen dann wirklich von BACT aussehen. Ich bin mal echt gespannt. Zum Beispiel Grayscale veröffentlicht ja immer wieder Zahlen. Coinbase hat zum Beispiel wieder Zahlen veröffentlicht, dass institutionelle Anleger sehr hohes Interesse aktuell an Bitcoin haben. Bei Coinbase waren es glaube ich 200 bis 400 Millionen US-Dollar pro Monat oder pro Woche. Da habe ich auch im Newsticker bei uns das Ganze reingepostet. Schaut gerne nochmal nach, um die genauen Zahlen dort zu erfahren. Aber institutionelle Anleger, die finden auf jeden Fall Bitcoin aktuell sehr, sehr interessant. Wir werden natürlich abwarten müssen, wie es bei BACT aussieht. Negative Aspekte meiner Meinung nach kann es nicht wirklich haben. Es generiert auf jeden Fall eine Möglichkeit, neue Nachfrage zu erhorten für Bitcoin. Was negativ ist, die können ja da nicht shorten. Im Endeffekt, die können entweder diese Futures kaufen oder halt nicht. Ja, das war auch schon das Video für heute. Falls dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonnier den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.